Wie du es schaffst, so gut wie jedes Video viral gehen zu lassen. Das und vieles mehr erfährst du im nächsten Video. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Nick und hier dreht sich alles rund ums Thema Social Media Marketing, Mindset und Business Building. In diesem Video möchte ich dir eine einfache und simple Strategie mit an die Hand geben, mit der du dafür sorgst, dass fast jedes deiner Videos das Potenzial hat, viral zu gehen. Es gibt natürlich keine Garantie dafür, dass dein Video viral geht, wenn du diese Strategie anwendest. Jedoch habe ich die bei vielen, vielen, vielen meiner Videos angewendet und ebenfalls auch für Partner, Kunden von mir und ebenfalls gesehen und gelernt von diversen großen YouTubern aus den USA, die diese Strategie durchgängig anwenden. Diese Strategie nennt sich die Remix-Strategie. Eigentlich steckt die Magie schon im Namen drin, nämlich besagt die Strategie folgendes. Und zwar schau dir an, was bei jemand anderem gut funktioniert und überlege dir, wie du die best funktionierendsten Elemente in deine eigene Welt mit reinnehmen kannst, deine eigenen Elemente hinzubringst, da aus einem Remix entsteht, der nachher das Potenzial hat dafür, wirklich einzigartig zu sein und viral zu gehen. Um dir das Ganze zu verdeutlichen, möchte ich dir im Prinzip eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich diese Strategie gelernt von zwei Jungs, die haben einen eigenen YouTube-Channel mit mehreren Millionen Abonnenten. Dieser YouTube-Channel nennt sich Simple Pickup. Die zwei Jungs haben ganz normale Videos anfangs gemacht, wie man Frauen auf der Straße anspricht oder einfach nur die Nummer von denen bekommt. Irgendwann wollten sie aber ein bisschen mehr Pep reinbringen in ihre Videos und haben sich überlegt, was funktioniert denn aktuell extrem gut. Und irgendwann haben sie festgestellt, dass ganz, ganz viele große YouTube-Kanäle, egal ob es von offiziellen Brands ist oder von Personen, dass die viele Straßenumfragen machen. Das heißt, sie gehen einfach auf die Straße mit irgendeiner Frage und stellen sie wildfremden Menschen und holen sich ihre Antworten rein. Irgendwann haben die sich gedacht, warte mal, das ist doch eine super coole Idee, aber ein bisschen langweilig. Wir könnten das Ganze viel, viel besser machen. Und haben dann folgendes draus gemacht, und zwar die miterfolgreichste Serie überhaupt auf YouTube, die nennt sich Drunk Times. Drunk Times auf Deutsch übersetzt bedeutet so viel wie betrunkene Zeiten. Und zwar haben die Jungs folgendes gemacht. Die sind einfach an Wochenenden, Freitag, Samstag und Sonntagnachts auf die Straßen gegangen, dort wo sie gerade waren und haben dort in Bars, beziehungsweise vor Bars und Clubs, betrunkene Frauen und Männer im Prinzip brisante Fragen rund um ihr Sexleben und rund ums Thema Beziehungen, Dating und Partnerschaften gestellt. Das Interessante dabei war einfach, dass sie keine normalen Straßenumfragen gemacht haben, sondern dass das nachts vor Clubs oder Bars stattgefunden hat mit betrunkenen Menschen. Und jeder von uns weiß, wie lustig und unterhaltsam es sein kann, sich mit einem Betrunkenen zu unterhalten oder einer betrunkenen Frau zu unterhalten. Und ja, wie viel ehrlicher die auch antworten. Und das war mit die erfolgreichste Show von denen unter anderem. Das heißt, was die gemacht haben, ist folgendes. Die haben gesagt, okay, was wir bisher machen, ist Menschen zu zeigen, wie man Frauen auf der Straße anspricht und ihre Nummer bekommt. Relativ simpel, aber die Videoformate waren nicht unterhaltend genug. Also haben die sich gesagt, gut, wir machen Straßenumfragen, aber wir bringen da nochmal eine extra Mischung rein. Und das ist die Strategie hinter der Remix-Strategie. Das heißt für dich, wenn du bisher Content produzierst, der ist aber noch nicht unterhaltend genug, kriegt nicht genug Watchtime, nicht so viel Interaktion, dann liegt das meistens einfach daran, dass da die nötige Mischung oder die nötige Portion etwas fehlt. Und das ist ganz oft der Fall. Und das heißt für dich herauszufinden, was passiert in anderen Nischen, in anderen Branchen, egal was du gerade machst. Wenn du im Business-Bereich tätig bist, guck dir Koch-Videos an, guck dir Dating-Videos an, guck dir Informations-News-Channel-Videos an und schau dir an, was machen die immer und immer wieder und warum funktioniert das so gut. Und überleg dir dann, wie du genau diese eine Kleinigkeit verwenden kannst in deinem Video oder um dein Video einfach aktiver, interessanter und unterhaltender gestalten zu können. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, weil das Interessante war folgendes. Und zwar, ich weiß nicht, ob du den YouTube-Channel Bodyformos kennst von Barry Hammerschmidt, aber dieser Channel ist in den letzten zwei Jahren massiv durch die Decke gegangen. Über eine Million Abonnenten aufgebaut. Und ja, einer der beliebtesten und bekanntesten Channels überhaupt, wo es nur darum geht, über Prototypen zu sprechen. und diverse Dinge, die gerade in unserer Welt im Prinzip uns junge Menschen und auch ältere Menschen beschäftigen. Das heißt, der Prototyp Russe, der Prototyp Türke, der Prototyp Albaner, der Prototyp, keine Ahnung, Deutscher und so weiter, wo der einfach mal auf übertriebene Art und Weise innerhalb von drei bis vier Minuten relativ lustig und unterhalten dargestellt hat, wie Russen, Deutsche, Albaner, Türken und alle, wie sie dazugehören, sich einfach verhalten. Und viele Leute konnten damit positiv interagieren. Konnten sagen, hey, das stimmt wirklich, hey, das ist voll lustig, das passt voll. Und das, was mir dabei für eine Remix-Strategie gekommen ist, ist einfach folgende. Und zwar, dadurch, dass ich früher im Network-Marketing tätig war, gab es so ein paar Network-Marketing-Prototypen und auch Finanzdienstleister-Prototypen. Und ich habe auch im Online-Marketing-Prototypen festgestellt, aus denen man unterhaltsame Videos machen kann. Und zwar könnte man beispielsweise den Prototyp Shisha-Networker machen. Es gibt immer diesen einen Networker, der macht alle seine Meetings, der macht alle seine Deals und so weiter. Seine Treffen finden nur in Shisha-Bars statt. Die Präsentationen finden in Shisha-Bars statt. Die müssen unbedingt dort stattfinden. Und man könnte daraus einfach ein super lustiges, interessantes Video machen. Dann gibt es den einen, gibt es den professionellen Networker. Das ist dieser eine Typ, der fängt gerade an. Und das Erste, was er macht, ist, sich einen Anzug zu kaufen. Und jede Präsentation, egal ob eine Person kommt oder 100, muss in einem Hotelraum stattfinden. Und es ist egal, ob er drauflegt, ob er die Kohle hat oder ob er sie nicht hat, ob die Präsentation stimmt oder nicht. Es muss alles super professionell aussehen, super toll. Es muss unbedingt in einem Hotel stattfinden. Und am Ende siehst du den dann heulen, wenn die Provisionsauszahlungen viel zu gering ausfallen. Es gibt auch den einen Networker, der den ganzen Tag nur vor seinem Laptop sitzt und Copy-Paste-Nachrichten rausschickt, sich nicht vor die Tür raustraut, auch mit niemandem telefonieren will. Nein, nein, das muss alles über den Chat funktionieren. Und man muss 10.000 Leute am Tag mit Copy-Paste-Nachrichten zuspammen. Das heißt, du findest bestimmt in deiner Branche oder in deiner Nische, dort wo auch immer du unterwegs bist, ebenfalls Prototypen, wo du diesen Mix eben aus dem, was Barry Hammerschmidt bei Bodyformus macht, reinnehmen kannst. Und zwar, dass er über bekannte Prototypen spricht. Kannst du das Ganze auf deine Branche oder deine Nische umtransferieren. Und dann wirst du merken, dass da schon mal ein zusätzlicher Boost reinkommt. Das ist so viel zur Remix-Strategie. Wenn dir das Ganze gefallen und geholfen hat, dann lass dem Video einen Daumen nach oben da. Lass mir doch mal deine Ideen zum Thema Remix-Strategie und Content auf deinen Channels oder sonst wo in den Kommentaren da. Würde mich interessieren, was dir da so einfällt, cool ist. Und wenn dir jemand einfällt, dem das Ganze helfen würde, dann teile das bitte mit ihm, so dass mehr Leute die Videos sehen und daraus wirklich Hilfestellungen mitnehmen können, die sie für sich selber umsetzen. In dem Sinne, es hat mich gefreut, dass du wieder zugeschaut hast. Das war es von mir, dein Nick. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.